Grüß dich, heute tue ich mir eine traurige Geschichte für dich. An Hans ist seine Schwester zum Himmel tätig gegangen. Er musste das Begräbnis zu organisieren anfangen. Die Lise war ja brav und eine gute Haut. Er hat das ganze Leben ein wenig auf seine Schwester geschaut. Mit meinen Leuten ist sie nicht recht zusammengekommen. Wollte sie das ganze Leben nie einen Partner nehmen, ist für die Kirche gegangen, hat viel Bett, wozu die guten Kinder und sie die Basei nicht. Der Hans sitzt beim Tottengrober im Büro, der kennt sich da aus und die hilft, da ist er froh. Er muss das Begräbnis organisieren. Mit Grobstau muss ich die Leiche durchs Stadl führen. Sie wollte aber gern, dass auf dem Grobstau steht, ein Leben im Glauben und als Dienerin des Herrn, wenn es geht. Dazu noch, mein ganzes Leben habe ich in Jungfräulichkeit verbracht und mit dem Blick aufs Paradies auch keine Unkalschheit gemacht. Bauerlein, der denkt das wird dann lang. Wenn ich da zum Planen anfange, geht sich das nie aus. Wir müssen Christen werden. Wir müssen das auf den Stein rauf, ich bringe auch das hergegern. Der Hans, er sitzt nur da, hat keine Ahnung. Ist für einen neu so eine Begräbnisplanung. Der Tottengrober macht vorschläge, red und red. Sie kommen auf keinen Grenzweig, es ist ein Gefrett. Mein Vorschlag war, wir machen das wie bei der Post. Das fasst es gut zusammen und auch weil es weniger kostet. Ganz knapp und komprimiert. Wir schreiben nur mit einer schönen Schrift auf dem Grobstau ungeöffnet retour. Das war der Komponisvorschlag gewesen. Pferdi!